Mit dem Schutzgitter-Krabbelwunder von Roba gestalten Sie leicht für Ihr Kind eine sichere Spielzone und das angepasst an Ihr Platzangebot. Sie können das Krabbelwunder als viereckiges Laufgitter mit den Maßen 100 x 100 cm oder als fünfeckiges Laufgitter mit einem Durchmesser von 156 cm aufstellen und mit den optional erhältlichen Verlängerungsteilen 100 cm beliebig erweitern. Es besteht aus burefarbig lackiertem Schichtholz, das besonders stabil ist. Mit einer Höhe von 75 cm können es die Kleinen nicht überklettern. Sie bleiben in Ihrer sicheren Zone. Sie betreten das Krabbelwunder einfach durch die Tür. Sie lässt sich nach innen oder außen öffnen. Durch eine Arretierung können Sie das auf eine Seite beschränken. Das Krabbelwunder eignet sich auch zum Absperren gefährlicher Bereiche wie dem Kamin oder Ganser Wohnbereiche. Sie befestigen es einfach an ein oder zwei Wänden. So steht es fest, ohne dass es in sich geschlossen ist. Durch die extrabreiten Standfüße erhält es zusätzliche Stabilität. Wird es nicht mehr benötigt, können Sie es flach zusammenfalten und so leicht verstauen. Für ROBA steht die Qualität und die Sicherheit immer an erster Stelle. Die Materialien für das Krabbelwunder wurden wie bei jedem ROBA-Artikel von einem unabhängigen Testinstitut auf Schadstofffreiheit geprüft und mit dem EPH-Siegel ausgezeichnet.